So, ich flitze gerade zum Zelt, weil ich Annika ihr Geschenk holen möchte. Annika und Leon seines, ihres, seines. Da ist ein Leon. Ein Leon, wenn man vom Teufel spricht. Ja, ich fühl mich eigentlich gerade hier, um euer Geschenk zu holen. Ja, du musst es jetzt auch noch mit sehen. Sehr schön! Du hast wohl das Guten-Paket. Ja, und Teh. Das ist der eigentliche Grund, warum wir ein Geschenk gemacht haben. Der eigentliche Grund. Es ist eskaliert. Das ist wirklich eskaliert. Das ist wirklich eskaliert. Ich glaube, das muss auf die anderen Seite beeinflusst sein. Aber da ist schon dieses unglaublich gute Urteil. Könnte es wahrscheinlich aufgehen lassen. Ja. 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 Das ist es Wait. Hey! Jakara, I'm your biggest fan. Can I get a kiss? Oh my god, Alexis! Oh my god, so cute! Yeah, it's me! It's all of us! Yeah! If you want you can get the camera around. Bye, Cypops! Woooo! Hey! Me too! Yo! Potato! Potato! So, I'm not too sorry. Thank you! Go! So, some English greetings! Let's go! Hi! Hello! 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 Oh! Hello! Hi! Hello! Hello! This! You seem so many shits! I've never seen a platform do this! Oh wow! What up motherfuckers! It's Mara from Holland! Woohoo! It's you! Yeah! Hi! Take that! Hello! All the way from the US of A! Hi! Oh wow! That's Leon! And my fans! Oh! Beautiful! Aw! The earrings! Yeah! I love you so much! It's sunny! Can you believe it? Oh my God! Motherfucka! I just thought it's coming out... Ich schaue das mal an! Woh! 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 Wir schauen jetzt! Der Son ist entdecken! Ich liebe das und ich liebe das. Es ist so schön! Es ist so schön. Es ist so schön! Ich weiß nicht! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, los geht's. Ich will kurz ein bisschen raus machen. Wer das sehen kann, haltet jetzt bitte weg. Ich würde wegschalten. Ja, du hast sie. Ja, du hast sie. Ja, du hast sie. Also sie hängt immer noch an deinem Auge. Ja. 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 Geschafft. Wow. Die Kamera hilft. Danke. Danke. Oho. Erfolgreich. Umgezogen. Also ich zumindest. Und? Ich habe keine Kontaktlinsen mehr drin. Ich habe sie erfolgreich rausgemacht. Irgendwie. Dank ihrer Hilfe. Ja. Und ich habe mich umgezogen. Ich habe jetzt wieder das Shishirt. und ich habe eine hohe Ware. Und ich fühle mich warm. Wenn ich mir jetzt noch irgendwas zu essen holen, dann bin ich total glücklich. Das läuft einfach vor. Und ja, mittlerweile ist es dunkel und es tut mir so leid, dass die ganzen Videos so abgehackt sind. Dass keiner irgendwie eine Ahnung hat, wie ich was irgendwas mache. Die Videos werden so abgehackt sein. Ja, okay. Teuertanz war nicht anders. Ich will irgendwas essen. Aber ich weiß nicht was. Aber hier gibt es so viele schöne Sachen. Aber. Aber. Hier gibt es Pizza. Ne, Pizza kann ich zu Hause essen. Oh, hallo. Da gibt es noch Käsespitzel. Bäh. Das sind keine Käsespitzel, das ist irgendwas rausgekotztes. Die schmecken nicht. Da gibt es ja nicht mal was mit Sauerkraut. Das habt ihr jetzt nicht gehört. Hier, das finde ich ziemlich lecker. Das Brot geht einfach ab. Samenbrot. Oh, guck mal eine Romina. Und eine Schinken. Hallo. Hallo. Ich habe immer noch nichts gegessen. Was? Ja. Würde ich auch sagen. Ich habe... Sing, child. Sing, child. Sing, child. Better join us. Sing, child. Sing, child. Sing, child. Sing, child. To make the life is fun. Ich spiele meine Lieder. Es regnet einfach. Es fängt einfach an zu regnen. Pui. Pui. Ja, Pui. We are on the Moose. Am Moose. Am Moose. Am Moose. Die werden jetzt einfach... Also... Es tut mir leid. Wahrscheinlich wird das nächste Update erst beim Kornkonzert kommen. Oder wenn es weiterhin regnet im Zelt. Also... Bis später, Leute. Bis später. Bis später, die sind ja so. Das ist schön. 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 Viel Furcht, ich hinbekann. Super Norma... Ifs gehört dir ganz allein. . Und viel zu lang anesisch dies ich vor Ausland. So und dann zum Wunsch... Derweiler du! Ah, tu und ein Mann, die mich vor ... Super Norma ... Wir müssen nicht ausdehnen. Komm mir nicht zu nacken. Sonst kann es nicht schön. Lass mir beide nicht so hoch die Waffe stehen. Ich will brennen. Ich will blannen. Auf hintermacht und halte Asche. Ich bin verbrannt. Ich will brennen. Ich will verpassen. Das ist ein welcher Herbst. Das ist ein welcher Herbst. Das ist ein welcher Herbst. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020